So wie soll ich denn angreifen? Ja komm wartet Malte ist hier Jetzt komm Angriff 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 Schön dass du dabei bist und willkommen zu einer neuen Runde Craft Attack Heute mit dabei der Kunga und Petrit Guten Tag Hallo 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 Was geht ab? Ich komm schnell ab hier Verrückt einfach So sorry Leute sorry ich bin dabei gerade meinen Tee zu trinken Hallo Und lachst dabei in deinem neuen Mikrofon ne? Petrus hat kaum Tode Nein Null Hier ist die Ausländerbehörde Ja das ist ein Habt ihr in der Folge wahrscheinlich gesehen bei mir schon Oder bei Dana je nachdem dass wir den Turm Also dass sie den Turm gesprengt haben Die kleinen Die haben sogar hier so eine richtige Rest zum Schalf gemacht Nach draußen mit so einem Schäbel wie in Westernfilmen wo die dann so mit Dinan Ich hab auch Ich hab auch einen Westernfilm gestern aufgenommen Westernfilm wie aufgenommen Ja ja Im ganzen Western einfach gedreht Ja ja hab ich auch mit Hollywood bisschen gelacht Ah ok Youtube Money Ah ok 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 Ich geh mal bei mir weiter bauen Könnt ihr pennen gehen? Ähm wie vielleicht Ich bin im Netherfarm Schon was sagen Und zwar Wie die Leute am Freitag Leistung gesehen haben Hab ich ja Sechs Diamanten endlich mal gefarmt Und die hab ich jetzt verarbeitet Zu Schaufel, Schwert und Spitzhacke Und jetzt sind wir wieder Ridge Niggers Ja ja Ridge Niggers Ja doch doch Jetzt können wir wieder unser Lager weiterbauen Juhu Ich bin auch jetzt auf dem Weg Wieder kurz zurück zur alten Stadt Ok Der Kunga für die Leute die es nicht geblickt haben Der Kunga ist erstmal vor ein, zwei Folgen aus der Stadt ausgewandert Weil er wollte ja so Urlaub nehmen Ja ja so Keiner mag den, der wird rausgeschmissen Eigentlich so Muss man schon so ein bisschen in seinem Film sein Wenn man sowas zu machen Muss man schon so mit Craft Deck leben Ja Also Hier ist übrigens so im Gang den Pogjob Media und Thunder gebaut haben Den wollte ich auch noch mal zeigen Der sieht ganz geil aus Ich guck mal bei Pogjob Media vorbei Ey Kunga Au yo bitte Ich hab mich mit Twitter überholt ne Echt Ja meine Community ist einfach heftiger als deine Hältchen Glückwunsch Hauptsache Das Twitter ist scheiße Nein das Twitter ist geil finde ich Vor allem so voll kein So Grund zum angeben Hauptsache einfach immer so doppel subs Und hängen nur kurz hinten vor dir so Hahahaha Er lachte wie so ein Kerl Hahahaha Er verreckt Alter was los heute hier Ich hab mir noch ne Lungenentzündung hier Hm Jo war was los Die Leute fragen sich bestimmt Warum holst du so viel Netherquads mit Wisst ihr wie viel Level Netherquads gibt Das ist so heftig Ich bin normal Ja Quatsch ist also Ich könnte das Und ich sammel das eh Ich könnte Ich bin aber mal legen Ob ich das jetzt aufharmen soll grad Also ich warme das grad aktiv Wir können nur Wir können nur Ja die müssen jetzt einfach gucken Obwohl mein Stein Ich könnte nur noch Ich könnte nur noch Ohohoho Chill War das ein bisschen laut bei euch? Ja ging ein bisschen ab Mach nochmal Warte Bohrmaschine Hahahaha Hahahaha Professionell hier Lalalala habt ihr nicht gehört Warte mal Warte mal Mach mal so richtig krasse Effekte Ja was soll ich denn Ja ihr müsst wissen Mein Vater der Ich glaub der fängt wieder an Fuck Der ist professioneller Ein Bier ist in der Höhle Hilf mir Ein Bier Nein Hahahaha 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 Töte mich Hilfe husten Lala Hahahaha Läuft so bei dir Ich kann nur so pitchen Da ist aber halt keine Lust Jetzt So Ja das Mischpult ist schon geil Also Kenn ich mich schon Du hast sogar Geld für Mischpult gehabt Und nicht so Ne das habe ich vor 4 Jahren gekauft Das Mischpult Aber das Mikro ist neu oder? Das Mikro ist neu Das habe ich gestern zugeschickt bekommen Ähm Aber Ja das Mischpult habe ich schon vor 4 Jahren gekauft Durch habe ich mit Zeitungen ausgetragen Und mir das gekauft Warum Also das erste Video auf meinem Kanal Ist so eine Roomtour Da sieht man das Ding auch Ja Da zeigt der auch seinen Penis und sowas Hahahaha Das ist noch in der alten Wohnung Peniscamp So Wir brauchen hier Krabbelstone Ja natürlich Peniscamp Was glaubt ihr denn? Ach hat jemand einen Timer? Ich habe jetzt gar nicht Ja ich sehe das 4 Minuten 15 Ja genau Ok egal Also bei mir Wenn man weg hat noch die ersten Sekunden Ungefähr Sorry Das ist kein Problem Ich mache sowas auch mal voll gerne Ja ich auch Ich hatte doch eh nicht leid Ich weiß Das ist halt Meine Obenen sind halt eh gewohnt Ähm wo Und wo kam ich jetzt? Ich blick hier grad nicht durch Doch aber Doch aber ähm Die haben schon so Ja gut Die sind auch 3 Leute Ja ja das muss man auch bedenken Aber ich muss wieder zu Rotpilz gehen und Essen klauen Denn ich hab wieder nichts essen Ich hab keine Ich muss eine eigene Farm mal hier bauen Für Essen Ist so Ich klauen Melonen einfach Ja Melonenkerne hab ich schon Aber Melonen Das ist ja so krass wie viele Hühner im Nether umlaufen Na Debito war wieder unterwegs Locker war Debito unterwegs Und hat einfach Eier verteilt Der verteilt immer Eier in der Stadt Ja in der Stadt Der hat so eine Maschine gebaut die einfach Eier schießt Ja ja das hab ich mitbekommen Aber wo bekomme ich ein Ach hier ist ein Weg Ah ok ich hab's gefunden Verliert der auch so schnell Essen Irgendwie Äh ja das ist so ein 7 Das ist normal Das ist normal Das ist voll aha Vor allem wenn du durch den Tunnel läufst Und dann äh sprintest und dann springst Und in die Deck kommst Und dann hast du Wirklich im Sekundentakt verlierst du Hungerkeulen Hungerkeulen Hä Das ist süß Du verlierst dann im Sekundentakt Hä Hä Sag ja nix Ich geh wieder zur Rot Sag nix So wir schon mal zur Rotpilz hier Und Echen klauen Freunde Hohoho So Er tritt klaut nur Ja mal Ja Leute hier hab ich 10 neue Diamanten geklaut Wow Bonnmaschine Das ist die beste Folge ever Die professionellste So Ich schwöre Felix hat einfach Also Rotpilz Noch Fast gar kein Sein Kühlschrank ist fast leer Ich hab immer alles Der nimmt nie was daraus Aber ich ich nehm immer Weil der Kühlschrank ist eigentlich schon so Ich glaub ich dachte du sagst Sogar ein bisschen den KFC zu füllen Ich klau einfach alles Oh Nein 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 Oh Na Das hast du verdient Ja da war der 277ste Tod Hm Ich Also wenn wir die 300 Tote irgendwann knacken Dann mach ich das live too special Ha 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 Ja okay Wow hier liegen deine Sachen krass Nein Bitte ey diesmal bitte verschont mich alle Lass mich einfach in Ruhe In Frieden bauen Ich hab deine Schuhe abgezogen Ja ist straff Aber ich schlag dich prima Ne ich hab keine Eisenschuhe mehr aber jetzt schon Ha 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 Mann ey Ey neue Eisenschuhe Ne ne ich mein das ehrlich Ich zieh die jetzt echt ab Alter was geht hier in der Stadt Was geht hier in der Stadt ab Warum leben hier so viele Schafe außerhalb Halt deine Fresse Gib mir die sein Ja was ist das klängern Jetzt mal ehrlich wie hast du 277 Tod Ich weiß es selber nicht Ich hab keine Erinnerung mehr ran Ha 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 Doch wirklich Da warst du besoffen ne Ja Oh Malte Malte Hallo Mal Ey Ey Kunga Ja bitte Warum hast du mir jetzt meine Sachen genommen Ich hab Eisenschuhe nur genommen Ja klar Hier liegt einfach gar nichts mehr rum Ich glaube ich weiß Guck Aufnahme Ja weiter guck Aufnahme Du hast wirklich meine Schuhe ge- Ha 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 Alter na ja zu ja Verletzt mich Töte mich Hallo Hier ist mein Esel Aber der Esel der ist Immer wenn ich lache Immer dritt Ja Ach Alter Kennt ihr das noch in der Schule Wenn euer Kuli runter gefallen ist Und aus Versehen dann war der direkt beim Lehrernpult oder so Einfach 10 Meter entfernt vom Platz Kennt ihr das? Ja Das ist gerade auch so hier Ich bin einfach runter gefallen Meine Schwester einfach bei der schwarzen Tafel alter Ha 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 So Ähm Was wollte ich denn jetzt eigentlich Ich wollte genau Zanders äh Anfangs Kartoffel Farmer kurz wieder abernten Wenn da überhaupt nur was ist Hä der hat Kartoffeln? Ich dachte so Rotpilz und Reh wir haben alle geklaut Ja alle die in den Truhen waren gar nicht Ah die das ist weggemacht Hier ist nicht bei dieser Siehst du Äh ich weiß aber wie man zu den Truhen hinkommt Meine Kartoffelfarm ist aber noch da Deine? Ok Das sind aber keine Fallen oder so ne? Weiß ich nicht Nein nein Das sind keine Fallen Ich gucke immer gucken aus Videos Ha 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 Patrick guckt einfach alle Folgen Craft Attack bei jedem Ich gucke wirklich viel Craft Attack Ich auch Ich auch meine Mutter auch manchmal Ha 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 Jetzt ehrlich? Meine Mutter Wir haben ja im Wohnzimmer in unserem Fernseher Den haben wir mit WLAN angeschlossen Meine Eltern gucken da auch einfach wozu Petrits ganze Familie guckt einfach immer nur Crafts Ja die zockt noch mit Ich hab die gewritelistet Ja Manuel Und He 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 Petrits Mutter ist Petrits Mutter in Minecraft Und Petrits Vater ist Petrits Vater In Minecraft Ja Wo ist die Kartoffel Wo ist die Kartoffel Wo ist die Kartoffel Die Kartoffel Komm mal her Hier bei mir im Garten Hör auf Ja was ist los Wo Wie findest du das hier Ich hab da hinten ein Glaustor und so platziert Ja sieht gut aus Aber wir sagen Sieht gut aus Na Bastard alter Du bist ein Hurensohn He 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 Schon ein bisschen witzig Nein Gucken wir warum Gucken wir komm 22 Tote noch Gucken wir dann 300 This Is Spass He 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 Töte mich Warum hast du so wenig Leben Petrits Warum hast du so wenig Leben Petrits Du hast mich immer dreimal angehittet Fray mein Brüche Das mag der Petrits sehr Liebt mich und tötet mich Selbstgeißelung ist das Neue Ja Lieblingswort der japanesen Ja japanesen Ja japanesen Der chinesen Man So Wette dafür darfst du jetzt noch meine Kartoffel fangen Lass dich jetzt Aber ich hab die grad geärzt Du bist so du Man darf nie einen Kollegen an der Klippe töten Weil die Sachen können runterfallen alter Ja sind die auch Ja Töte mich Du musst bei mir vor der Tür gucken Dass du das einmal bei mir im Garten ist Ich würde mir glaube ich ein Pullover anziehen Nein Ich glaube es nur Petritschmeiß die dafür einen Stack Kartoffeln nennen ok Einen Stack ja endlich Alter Aber ungebraten Und eine vergiftete Ja ungebraten kann man eh nicht anpflanzen Du Genius Petritschmeiß Petritschmeiß Ungebraten kannst du anpflanzen Du meinst gebraten Ja mein ich doch Ja siehst du Ungebraten jetzt kannst du sie anpflanzen Ich weiß die brauche ich auch Ja mach mal bisschen Konkurrenz Für Petersburg Oh wo sind die anderen Sachen Ey kannst du mir alle mal runter werfen hier Jo Mein Elementar ist full Ich hab zwei Slot zwei Ja ist mir egal Würfe einfach ich will die einfach haben Komm doch hoch Ach Hier warte 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 Ich schick dir ein Minecraft runter ja Ja mach einfach so dass ich Sachen jetzt habe Was kommt jetzt Ich bin mal gespannt ey Was ist das Ich kenn die ganze Weile Ich bin mal gespannt Wer hat denn Skype geschrieben Wo stehst du? Stehst du da? Ja ich steh hier Hier guck Petritschmeiß Hier kommen schon die ersten beiden Sachen Wo? Hä? Wie wo? Ah da Was ist ein Host? Und die wertvollste Komm da noch welche? Okay Ja Ja cool Eisige Steak Kartoffeln Ja warte kommt jetzt da Ich muss ich hab ja ne Teufel zwei Ähm Äh Wollen wir noch Sachen Pobblestorm Brauchst Pobblestorm Ne passt Und dem Rest bräuch ich nicht mehr Nehm trotzdem Wie lange nehmen wir schon auf? Äh 100 Jahre Äh Kannst du kommen? Ey Petritsch ich hab gehört Du hast gehandelt mit Döner Döner gegen Döner Ich hasse Jaja hab ich aber Earlyboy und Malte wollen mich locker töten Zum Glück Komm hoch komm hoch zu mir Warte 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 Ich hab ne Mini-Map Ich seh ja von wo die kommen So Ah Mini-Map wollten wir auch noch hinzu Das ist so heftig im PvP Ne ich hab einfach alle Ich hab zehn Runden hintereinander In zwei Halbiken Warte ich da Earlyboy runter der Arsch Warte ich kein Gravel hab Wo seid ihr? Seid ihr im Stadtenneren? Ja genau am Brunnen Ich komme Ähm was wollte ich jetzt Ja ich bin nochmal Earlyboy ist ein Arsch alter Ich brauche Gravel alter Ohne Scheiß ich brauche Gravel Hey Ich geh mal wieder zu meinem Haus Ne Damit ich mal meine Wie nennt man das? Meine Farm weitermachen kann So Ich komme jetzt auch mal in die Mitte Mal gucken Ob da noch wer ist Wo seid ihr denn? Es sind grad ein paar Leute auf dem Server Muss man schon sagen Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich geh zu mir nach Hause jetzt Guck mal wo seid ihr? Ich bin bei mir im Haus Wo ist dein Haus? Da hinten sind zwei Oh Leute ich hasse wenn der Aufzug kaputt geht Ah man 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 manometer Ich wollte eigentlich gravel holen um den zu töten aber der denkt ich wollte liebe. Aber das wollte ich nicht Hey Nein Nein! Oh! Er übertreibt! Nein! Nein! Ja! Hab ich deinen... Ich hab den nur einmal geschlagen! Er übertreibt direkt! Lass ihn in Ruhe! Wenn er nichts hat, lass ihn in Ruhe! Aber ich hab nur drei... Ey, die war ich so in den Arsch, ne? Warum? Er macht einfach nix! Müsst ihr in der Folge gucken, der hat mich so runter gebaut und dann komplett zugebaut und dann noch drum herum... Warte, abhauen! Oh, ich guck, die wollen uns haben! Nein, warum? Ich hab Angst! Ey, Klingern? Ich auch, ja! Lass abhauen, die nehmen ja grad aus, das heißt... Ja... Die wollen uns locker... Wir sind aber eigentlich stärker als die! Ja, aber ich kann euch noch unterstützen! Ja, aber ich kann euch noch unterstützen! Ja, sollen wir kämpfen? Ja, regge dich! Lass mal zu dritt dir also... Wartet! Ja, okay, warte, ich bring noch mein Ding ins hoch! Mein Quarz! Ich darf nicht sterben! Wer ist das, wer ist das denn? Ich hab... ne, wichtige Sachen hab ich eigentlich nicht mit! Nö! Petra, wo bist du? Bei... schwarzem Brett! Okay, warte, ich komm da auch hin! Ich wollte nicht töten gucken, das sagt nix! Wir wollen die überraschen! Ah fuck, man muss in der The Quarz ja gar nicht Ding ins... Was? Äh... schmelzen! Nein! Nö, nö! Das ist ja verzaubert alles! Hehehe! Okay, komm! So! 46 hab ich! Okay, komm! Los! Wo sind die? Wartet! Ich hab... Ich hol meinen Bogen und mach an... Wer... Ey! Malte ist bei dem Haus! Ich kann Malte nicht mehr töten! Warum? Aber Early Boy! Der hat mir... Der hat mir Gravel gebracht! Early Boy! Jaaa! Aber Early Boy rastet dann locker, oder? Ja, die Boy ficken mir locker, das ist egal! Nein! Was ist hier los? Was machst du? Was machst du? Grobe! Warte! Komm wieder raus! Early Boy können wir töten! Wo ist der? Ja, keine Ahnung! Der ist bei mir ganz oben im Haus! Wo? Da oben? Komm! Komm zu mir! Schnell! Fuck! Der läuft grad über die Hängebrücke! Über die Hängebrücke? Der steht hier! Der steht hier! Ich seh's ja! Der hat ein Dierschwert verzaubert! Ja, ist egal! Wo? Sollen wir den angreifen? Ja, komm! Wartet! Malte ist hier! Ja, lass mal Malte! Early Boy! Jetzt komm! Angriff! Angriff! Alter, ne? Sein Schwert, ne? Oh, das ist der Kunga! Boah, Alter! Wo ist der? Ich hab... Ja! Warte, wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der Early Boy? Wo ist der Early Boy? Wo ist der Early Boy? Irgendwo unten! Ich muss regen! Die nehmen und wir... Aber der Sneak! Der Sneak! Ich seh's auf der Mini-Mail! Soll der doch sneaken, Alter! Ja, wo ist der denn? Schade, wenn der Sneak sieht man die wirklich nicht schon mal auf der... Nee, doch, doch, doch! Schau mal, schau mal! Schau mal! Schau mal! Ein bisschen ranzoomen hier! Ja, perfekt! Aber wobei, ich sollte mich nicht mit ihm anlegen! Egal, mach! Wo ist der denn? Warte! Ah, der hat das Wasser gesetzt, ne? Ja, glaub schon! Wo? Der ist... Warte, der ist falsch! Guck mal mit! Hier, in der Richtung, wo ich gucke! Da ist der! Wo! Genau, genau in der Richtung! Weißt du, wo der ist? Hier! Irgendwo, in dieser Richtung! Genau hier sollte der irgendwo sein! Wo? 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 Der ist ganz runter! Der ist irgendwie ganz runter! Oh, Rewe kommt! Ne, Rewe macht nichts, glaub ich! Ja gut, dann! Solange Rewe nichts macht! Oh, oh! Der hat mein Beet zerstört, der böse Mann, ey! Deshalb müssen wir den Boxen hier! Der hätte da nicht hochklettern dürfen, ey! Ich hab Angst! Der kommt locker irgendwann so... Ich glaub, ich weiß, wo der ist! Überraschend! Wo? Hier liegen noch mal alte Sachen! An der im Wasser gesetzt hat der ist ja da runtergefallen! Ja! Das heißt... Ne, hier ist keine Höhle! Können die... Ich würde jemanden dort abbauen! Das Early Boy locker ist das! Das Early Boy! Wo? Da ist der! Da ist der! Der hätte ich zugebaut! Wo? Ich hab den Pies gezeigt! Hier oben, wo das Wasser ist! Ich greife jetzt nicht einzeln an! Das hat der Pies gezeigt! Warte! Das ist gemein, den jetzt zu boxen! Ah, da ist der! Da ist der! Wir müssen ganz hoch zur Veranda! Aber ich komm... Ja, der ist bei mir auf der Veranda! Ich komm... Warum rast denn Malte? Was für Malte? Was machst du Klängern? Ich hab keine Ahnung! Malte boxen! Der hat sich ganz schnell zugebaut! Wie klug! Oder ne, hochgebaut hat der sich hier! Wollen wir nicht töten? Warum rasten? Kommen wir da hoch? Schon, oder? Warte, war das hier? Kunga, sehe ich schon... Kunga, du bist am Sneaken, ja? Wenn du lieber wüsstest, dass ich den auch heilig integriert habe! Bist du am Sneaken? Ne! Nee, doch nicht! Ey, Kunga, ich komm jetzt hier... Hier bin ich! Nein! Das Wasser! Nein! Ach, was rum? Nein! Oh! 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 Die Bogen! Ah, da ist Oli Boy! Fuck! Junge! Ihr könnt den da ja runterkicken, ne? Geht nicht! Wie? Soll ich den da runterkicken? Ich hab Angst, ne? So asi bin ich nicht! Doch ich aber! Nein! Scheiße! Frieden! Ey! Willst du den runter boxen? Und ihr muss mal, Alter. Muss hier rum gehen. Alter. Ja, schaffen wir das ja ganz rum? Ey, ganz ehrlich. Ah, nein! Was ist das? Ich fick seine Mutter. Ich will die Huren, Sonne. Wenn ihr meine Sachen jetzt nehmt. Ich fick seine Mutter. Ich fick seine verdammte Mutter, der kleine Bastard. Ich fick seine verdammte Mutter, der kleine Bastard. Ich schwöre, wenn er seine Sachen nimmt, der wird so sehen. Der wird sehen. Voll die Kriegsfolge hier. Voll am Ausrasten. Wenn du meine Sachen nimmst, dann zieh nach... Kann man hier noch? Oh, ich hab nen Helm gefunden. Vor allem, es sieht so aus, als wenn ich voll der Arme wäre, weil alles kaputt geht dabei, leb ich. Nein! Warum hast du den? Oh, das ist doch unfair. Oh, das ist doch unfair. Oh, das ist jetzt echt unfair gewesen. Ich wollte doch Frieden. Wir müssen doch die Folge beenden. Wir sind schon über 20 Minuten, ne? Ja, von mir aus. Das will man machen. Oh Mann, ich will meine Sachen wieder haben. Ja gut. Ja gut. Alles klar Leute. Schreibt's in die Kommentare, wie ihr die Kriegsfolge besucht Klängern und Petrit. Genau. Schaut auf jeden Fall bei Kunga und Petrit vorbei. Haut rein. Haut rein. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.